Also hier verwirte ich den Schaum, hier mache ich noch Schnitte, das ist der Laser. Und jetzt haben wir meine Anzeichnetechnik, jetzt machen wir noch kurz den Durchmesser bestimmen und hier einstellen müssen für die Laserenergie. Einführen des Drahtes, Entfernung der Funktionskanüle, Einführen der Schleuse, Entfernen des Drahtes, vorsichtig den Draht immer festhalten, wenn es nicht passiert, man sieht, man ist in der Vene drin. Entfernen des Dilatators, da ist eine Membran auf der Schleuse, deswegen jetzt kommt kein Blut. Den Draht immer festhalten, weil wenn der Draht reingeschoben wird durch irgendwelche Verfahren, dann ist der Draht in der Vene und erfordert eine weitere Maßnahme wie Krossektomie, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, ist er vorm Herzen, dann muss man den Herzchirurgen rufen. Abmessen der Länge des Katheters, also wir haben hier eine Two-Ring, Zwei-Ring Lasersonde mit zwei Abstrahlungsringen, die jeweils die Laserenergie um 180 Grad seitlich abgeben. man sieht es, dass keine Laserenergie nach vorne abgegeben wird, sondern seitlich zwei Abstrahlungsringe, einer und der zweite. Und das bedeutet, dass die Laserenergie, wenn jetzt 70 Joule eingestellt sind zum Beispiel, jeweils 35 Joule auf jeden Ring kommen, damit eine schonendere Behandlung der Vene erfolgen kann. So, diese Lasersonne führt man jetzt in die Schleuse ein und ungefähr bis dahin, wo man vorher abgemessen hat, führt man sie ein. Dann nimmt man den Ultraschall, stellt sich die Krosse gut ein und dann sieht man schön im Ultraschallbild, wie die Sonde in der Krosse zu sehen ist. Und man positioniert sie so, wenn man geübt ist, dass der Laserstrahl, der Laserschatten bis zum unteren Rand der Einbindung der Venasephena Magna in die Venafemoralis zeigt. Also wenn man jetzt hier, hier sieht man die Klappe, unten am unteren Bildrand sieht man die Klappe und der Laserschatten ist genau an den unteren Rand der Venasephena Magna. Hier sieht man sehr schön Übergang in die Venafemoralis zu positionieren, um einen fast planen Krossenverschluss zu ermöglichen. Wenn man nicht so geübt ist, sollte man den Laser bis zum unteren Rand der Epigastrica vorschieben. Das wäre dann hier. Man sieht hier schön die Venenklappe. Und wenn man geübter ist, kann man ihn vorschieben bis zur Einbindung in das tiefe Venensystem, also bis genau zur Saphenofemoralen Junktion. So, wir haben die zweite Vene oben, bevor wir die Thumeszenz einspritzen, eine zweite Funktion. Das hat den Grund, weil wenn wir die Thumeszenz erst einspritzen und dann die zweite Funktion vornehmen, dann hat die Vene oft einen Venenspasmus bekommen und lässt sich nicht mehr punktieren. auch hier wieder Einstellungen der Vene im Querschnitt. Funktion der Vene, Funktion Einstechen der Nadel in der Mitte des Schallkopfes vorschieben. Dann sieht man sofort die Nadel kommen und ist in der Vene drin. Einführen des Führungsdrahtes, Entfernen der Nadel. Und so hat man jetzt die Funktion schon ermöglicht. Man muss nicht eine zweite Schleuse aufmachen. Jetzt kann man erst die Vene Safina Magna behandeln und im Anschluss liegt, ist schon die Venenfunktion erfolgt und der Draht liegt. Und über diesen Draht kann dann die Schleuse, die wieder gewonnen wird, wenn die Vene behandelt, die vorige Vene behandelt wurde, kann mit der Schleuse dann der Zugang zur Vene erfolgen. Jetzt einspritzen der Thumeszenz. Ist der Patient nicht in Narkose, gebe ich immer erst einen Bolus im Krossenbereich. Zuerst dort eine ausreichende Analogisierung zu gewährleisten. Wenn man sehr schnell die Thumeszenz einspritzt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, man hat oben schon mal die erste Betäubung gesetzt, weil man dann von Distal nach Proximal die weitere Thumeszenz einspritzt. Wenn das sehr schnell erfolgt, dann kann es sein, dass oben noch nicht ausreichend betäubt das der Patient noch etwas merken würde. Jetzt wird die Thumeszenz von Distal nach Proximal eingespritzt, immer in die Faszienloge um die Vene herum. Wenn man die Faszienloge trifft, sieht man sehr schön im Ultraschall jetzt, dass sich das aufbläht um die Vene herum, obwohl ich nur eine Punktion vorgenommen habe. Aber ich muss nicht links und rechts um die Vene herum spritzen gehen, Ultraschall hoch und sehe, bis wohin die Thumeszenz gekommen ist. Also bis hier und hier mache ich meine nächste Punktion. Also alle sieben bis zehn Zentimeter muss ich dann nur einstechen. Sieht sehr schön, wie sich die Thumeszenz in der Faszienloge verteilt um die Vene herum. Perivaskulär, so bis hier ist die Thumeszenz, hier nicht mehr. Also alle zehn Zentimeter jetzt. Möglichst darauf achten, dass man die Vene nicht perforiert, sonst gibt es Hämatome. Ausreichend Thumeszenz einspritzen, um eine gute Analgesierung zu gewährleisten und Nervenverletzungen zu vermeiden. Es muss jedoch nicht übermäßig viel Thumeszenz gespritzt werden. Für eine Stammvene in der Länge benötige ich ungefähr 400 Milliliter Thumeszenz-Lokalanästhesie. Wenn ich in Vollnarkose arbeite, benötige ich Thumeszenz-Lokalanästhesie, weil nach der OP dann noch der behandelte Webenkanal anästhesiert ist und es angenehmer für den Patienten oft ist. Nochmal Kontrolle der Lage des Katheters im Ultraschall. Das noch, weil durch die Beinverschiebung kann sich die Katheterlage etwas verändern. Man sieht jetzt hier auch sehr schön im Ultraschall, dass der Schallschatten des Katheters an den unteren Rand der Einbindung der Vena saphena magna in die Vena femoralis zu liegen kommt. Also das ist die Position, die man erreichen kann. Weiter vorschieben sollte man nicht, weil dann der Katheter und der Schallschatten, wie hier zu sehen, in das tiefe Venensystem hineinragt und somit das tiefe Venensystem mitbehandelt werden würde. Also maximal bis hier sollte der Katheter vorgeschoben werden. Jetzt sieht man, wie die Joulen hochgehen. Auf dem Laserdisplay sieht man die Vorentstellung, vorheriges Abmessen des Durchmessers der Vene mal sieben dann aufgerundet. Also bei dem Patienten haben wir einen Durchmesser von zehn Millimeter mal sieben sind siebzig Joule. Und man zieht immer so schnell zurück, bis ein Signal kommt. Das Signal sollte immer an der nächsten schwarzen Markierung ertönen. Und dann hat man die voreingestellten 70 Joule pro Zentimeter erreicht. Ein langsames Zurückziehen. So wird es jetzt Zentimeter für Zentimeter zurückgezogen. Kontinuierliches Zurückziehen der Lasersonde. Über die zwei Abstrahringe wird kontinuierlich die Laserenergie abgegeben. Außerdem aktiviert wird der Laser mit einem Fußschalter, den ich hier drücke. Also man kann, wenn man möchte, zusätzlich mit der Hand von außen etwas Druck geben, damit eine bessere Wirkung der Laserenergie erfolgt. So, hier kommt jetzt die schwarze Markierung. Und das zeigt an, dass die Lasersonde vor der Schleuse jetzt ist. Man sollte nicht die Schleuse lasern, da die Schleuse aus Plastik ist und der Laser das Plastik zum Schmelzen bringt und dann Rest in der Vene verbleiben können. Oder das in der Vene anklebt. Deswegen zieht man jetzt die Schleuse raus. Und dann wird der Rest, die restlichen zwölf Zentimeter circa, ganz normal weiter behandelt, wie vorher auch. So, jetzt kommt die zweite schwarze Markierung. Das bedeutet, drei Zentimeter bis zur Sonnenspitze vorhanden sind. Die Behandlung ist jetzt beendet und man entfernt die Sonde. Anschließend erfolgt die Anlegung eines Komposionsverbandes. Für einen Tag und eine Nacht am nächsten Morgen entfernt der Patient dann selbstständig meistens den Verband und zieht seinen Komposionsstrumpf an. Oder er kommt in die Praxis und dann wird das hier für ihn gemacht. Zuschauen beide Vene kleines Komposionsverbandes voním wer in der Zwischen. Das medium经 affective B眾, dass die Abschatz aufgehend ist, in der Zwischen.